Ich hab keine Ahnung, wie das Spiel gespielt wird. Hm. Ich, äh, mach hier gerade zufällig irgendwie was. Und trotzdem wurdest du eingesperrt. Wie kam es, dass du hier gelandet wirst? Das ist deine Privatsache. Wie das, worum du mich bittest. Hallo? Ich wollte ein Wort verhindern. Oh. Jemand, den ich kenne? Ach, George Washington. Och, ein Glück ist das Spiel vorbei. Du wurdest angestiftet, richtig? Wollten sich wohl mal wieder amüsieren auf Masons Kosten. Na, allesamt. Über solche Themen scherzt man nicht. George Washington ist tapfer wie kein Zweiter. Loyal wie ein Bruder. Ein tadelloser Charakter mit unerschütterlichen Überzeugungen. Der Mann ist unser Jupiter-Konservator. Er führt uns nicht nur zur Freiheit, sondern zu Geuße. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder ein Narr oder ein Verräter. Also, dann verstehst du nun, warum ich hier unbedingt raus muss. Wenn ich ihm nicht helfe, dann wird man ihn ermorden. Das ist dein Ernst, oder? Das sind gar keine Gesetze. Geht ruckzuck. Also gut. Aber es wird nicht einfach. Sieh mal, alles hängt in meinem selbstgemachten Schlüssel. Doch dieser Finch nahm ihn mir ab. Hab drei Monate daran geschnitzt. Hol ihn zurück. Oder wir gehen nirgendwo hin. So gut wie erledigt. Geht ruckzuck. So, da oben. Irgendwo. Da. Okay. Lässt mich der durch? Ja. Lässt er mich sogar? Okay. Sehr gut. Jetzt steht er da die ganze Zeit rum, oder was? Jawohl, ja. Hat doch geklappt. Was? Am Arsch! Ach, Mann, ey. Ja, super. Aus dem Weg. Spastis. Super. Oh, das hab ich gesehen. Bam. Dafür gibt's ein bisschen aufs Maul hier. Alter, das geht mir jetzt schon wieder auf den Piss hier, ey. Immer solche... Ich meine, es ist gut, dass sie so Kleinigkeiten mit einbringen. Aber dann sollen sie es nicht so penetrant nervig machen. Ich weiß, er ist nicht der, der mich immer bemerkt, dass es immer irgend so ein anderer Flachwichser da ist. Aber trotzdem, irgendwas muss ich töten. Oder könnte ich theoretisch auch den da einfach killen. Wenn ich hier jetzt reingehe, wenn ich hier ran stelle. Was passiert denn, wenn ich den hier umbringe? Gut. Bringt nichts. Wie er gleich eingreifen will hier. Einer auf, äh, Helferlein. Hilfs-Sheriff. Boah, ey. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen mehr gedulden. Wird gemacht. Ohne Umwege. So, bin wieder drin. Ah, ah. Hat der einen Schlüssel? Kann ich den umbringen? So, ab nach unten hier. Das liegt für uns viel näher. Wir müssen dann nach langen Tagen... Dein Schlüssel ist nutzlos. Was meinst du? Er passt nicht ins Schloss. Das soll er auch gar nicht. Du schnitzt einen Schlüssel, der nicht passt? Komm drauf an, was genau du mit passen meinst. Er bringt uns hier raus. Nur nicht so, wie du dachtest. Wie sonst? Du benutzt ihn, um den Schlüssel des Direktors zu bekommen. Du musst ihn gegen seinen tauschen. Warum nehme ich nicht den echten Schlüssel? Wozu die Extraarbeit? Er könnte merken, dass er ihn nicht mehr hat. Doch so ist er völlig ahnungslos. Und wenn er ihn benutzen will? Wird er nicht. Gegen deshalb ist er unser Ziel. Wie komme ich an ihn ran? Ja, dieser Teil wird dir nicht schmecken. Als ob ich die anderen mochte. Raus damit! Zettel einen Kampfer. Was? Schlägerei. Dann werfen sie dich ins Loch. Wie um alles in der Welt hilft uns das? Der Direktor bewacht das Loch. Nur so kommst du an ihn heran. Das muss man dir lassen. Du hast den Plan, mein Leben zu riskieren. Sehr gut durchdacht. Erledige so viele du kannst. Ein oder zwei sind nur Unterhaltung für die Waffen. Du musst sie richtig ärgern. Jeder muss seinen Teil erfüllen. Bleib nur am Leben. Oh, erledige ich hier kurz 20, 30. Wenn das besser ist. Na, ihr wollt aufs Maul? Zack. Juhu! Bam! Ach du Scheiße. Das ist so ein großer. Ach komm. Bam! Na, jetzt gibt's hier aufs Maul. Ja, komm, kontert hier meinen Konter mal eben aus. Was? Alter, überall sind die so groß. Ne? Die gibt es echt überall. Oh, und jetzt greife ich hier wieder in den Falschen an. Wenn ich hätte... Oh! So. Musst du kurz Aufnahme neu starten. Danke! Wie nett das, was so schnell geht. Oh, das ist das Loch. Seht euch doch mal an. Erbärmliche, dreckige Wichte. Ihr seid nichts als Schweine, die an den Zitzen der Gesellschaft nuckeln. Diebe und Talunken allesamt. Hm. Jetzt werde ich dabei gepackt oder so. Oh, klingt nett hier. Na dann. Auf, auf. Kriege ich eigentlich auch meine Ausrüstung wieder oder so? Oh, da ist einer. Töten. Ich will ihn töten. Ach so. Den kann ich jetzt nicht verprügeln oder was? Ich glaube, es hakt. Ach am Arsch, ey. Ich muss aufpassen, kein Alarm auszulösen. Alter, immer dieselbe Scheiße mit diesen... Ach so, ja, okay. Das bringt gar nichts, offenbar. Das ist ja sehr schön. Ich bin unverwundbar. Geil. Och, leckt mich doch am Arsch. Jetzt muss ich dem den ganzen Zeit hinterherlaufen. Wir sind hier hinten. Oh, klasse. Ach so, ist das der Gefängniswächter? Okay, toll. Das ist hier der Direktor gewesen. Deswegen konnte ich den nicht zusammenschlagen. Könnte ich die Waffe mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Wieso denn auch? Hey, halt an, Freundchen! So leicht wirst du uns nicht los. Na? Du findest Hickey hinter dieser Tür. Es ist der Block für wichtige Gefangene. Nette Zellen, mehr Platz. Sowas in der Art. Aha. Auch im Gefängnis kommt es wohl nur darauf an, wem man kennt. Vielen Dank, Mason. Für alles. Ich finde einen Weg, mich erkenntlich zu zeigen, wenn meine Arbeit getan ist. Ah. Irgendwie habe ich dabei ein mieses Gefühl. Auch nicht schlecht. Ah ja, klar. Das kommt schon noch ein bisschen. Ja. Sehr gut. Huh. Wenn er hier reinkommen sollte, verprügel ich ihn. Na dann. Ah, ich dachte, ich dürfte zwei umbringen. Am Arsch. Na gut, dann töte ich einfach alles. War ja klar. Nee, er ist blind dann. So, was hat denn der so bei sich? Ja. Oh nein, du kommst sofort zurück. Ach so, ja. Bam, bam. Alter, der kriegt aufs Maul. Ja, scheiß drauf. Ich töte jetzt einfach alles, was mir über den Weg läuft. So, nochmal eins. Ach, komm schon. Willst du mir die Eier kraulen, oder was? Sollen wir denn hier Geld werfen, kann ich, okay? Ah. Komm mal rein. Und der nächste. Könnt ihr schön kuscheln. Alter, das ist unheimlich. Die sehen voll verschmolzen aus. So. Sehr schön. Ach. Angenehm ruhig hier. Ist er nicht, oder? Ist er das? Ja, wusste ich's doch. Ich hab's gewusst, ey. Ich hab's gewusst. Hatten wir deinen Orden nicht ausgelöscht? Das würde dir gefallen, nicht wahr? Die Welt von allen zu befreien, die nicht deiner Meinung sind. Dafür bekenn ich mich schuldig. Deine Einmischung in die Revolution hat uns nicht wenig Kummer bereitet. Damit muss Schluss sein. Unser Werk ist zu wichtig. Aber was weißt du schon, außer den Lügen von Achilles und deinen eigenen traurigen Hirngespinn? Aber da? Ja.